Ich bin ja nicht so schnell alle in den Chat reinballern, weil sonst können wir das gar nicht lesen. Ne, ne, das ist doch egal, was die hier schreiben. Die müssen alle hier mithypen, weil es geht jetzt los im Loser-Final zwischen SDN und Linotalks. So ist es nämlich. Und wir starten mal wieder auf PlayZ2, Digga. PlayZ2. Ich kann ja auch verstehen, dass man hier sehr gespannt einfach zuguckt. Es ist ja auch sehr spannend. Jetzt bin ich sehr gespannt hier, wie SDN spielen wird. Ob er den wieder den Aggressiven rausholen wird oder den Chilligen. Bin ich auch sehr gespannt. Vielleicht kriegen wir noch mal ein bisschen Game-Sound auf die Ohren, das wäre ganz geil. Okay, da ist er auch schon. Ist aber auch nicht so wichtig. Oh, heftig. Oh, ja. Oh, und das war es schon? Ne, noch nicht, noch nicht. Aber auch nicht viel, so um die Fläche. 5-8% mehr und das wäre es gewesen. Aber da kommt einfach der Shit-Tag, Digga. Der Shit-Tag. Und halt. Der Gude. Das war es auch krass einfach. 35% auf Linus, Linotox Kopf. 42% und das wird weiter ausgebaut hier. Ganz schön fies. Ah, SDN's Punish Game ist auch einfach zu krank. Kannst du sagen, was du willst? Ja. 4. Übergeschaltet. Übergeschaltet. Da war er noch. I don't know. Der klebt auch gut ran. Der hat auch gereadet. Der SDN ist heute wieder ganz aggressiv unterwegs. Die Nähe? Das ist kein leichtes Leben. Das ist kein leichtes Leben als Mutual Main. Survival of the Fittest hier. Okay, aber Abwehr macht es. Da war ein ganzes Stock aufzuholen. Ja, ich habe vorhin den Hufen gesehen. Eine sexy Combo. Alles drin auf jeden Fall. Jetzt kommt erst mal einer der von seinen Friends fightet. Digger macht 70% hier. Brutal. Wenn er da ein Opening hat. Jetzt haben wir wieder neutral hier. Oh, schöner Read. Er musste spätestens da eher dort schon mal davor. Und jetzt geht es auf jeden Fall. Hier ist ein Podcast. Er war kein Rögel hin. Und dann heißt es, dass er ein Kinderberg hat. einen Team. Und dann kommt auch ein Kollege mit. Mit ihr habt. Ja, wir machen das gute K попkraft. Oh, der ist ein Kind. Und das ist ja hier. So. Er ist ein Kind. Na auf jeden Fall. Aufmerksamkeit. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020